Vielleicht kriegst du ja dann wenigstens gebacken mit ein paar schöne Klamotten ans... äh, anzuziehen. Doch, erstmal anzuziehen, um natürlich zu holen. Wenn der reinfallt... Oh, guck mal! Apple! Oh mein Gott! Wasser. Okay. Sehr schön. Sonst noch was? Hier ist nichts. Da sind nur wieder die Matrosen. Hier geht's in die Wildnis. Okay, wir sollten uns vor, wirklich Klamotten holen. Hm. Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bereit hier? Weil... Weil? Weil die Männer, die entlaufen ins Klamotten gefüllt haben. Die bitte was? Dazu wollte ich gerade kommen. Wagt vor! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Die Fuegos. Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Weggetreten! Ich muss mit dem Gouverneur sprechen. Ich muss mit dem Gouverneur sprechen. Das war super. Ich auch. Nein! Jetzt hab ich keine Zeit. Willst du? Wollst du denn hin? Uuuuh. Ich will zu Difu Ego. Zieh dir gefälligst was ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Was ist das? Ich kann einfach hochflicken. Raus hier! Ist ja gut, ist ja gut. Ja! Entferne dich! Ah, das ist kein Problem. Kein Problem. Ich kann diebe nicht ausstehen, falls du mich verstehst. Überleg dir gut, was du vorhast. Ist ja gut. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Weiß ich. So, wieder hier raus. Alles safe. Alles gut. Achso. Wieso wollen ich mich direkt eins russchmeißen? Okay. Die ganze Zeit selbst geblockt werden, ist natürlich scheiße. Wer mach ich die denn jetzt? Was soll das? Warum schleißt du hier rum? Echt mal, warum schleißt du hier rum? Was ist das richtig, dass ich hier erstmal nicht quasi weiterkomme? Nein! Jetzt hab ich keine Zeit! Der Turm. Was ist das für eine Karte? Das könnte das Ding da sein, was? Gucken wir uns den Turm doch mal direkt an. Sieht der aus wie so eine Holzbaracke, wenn ich ehrlich bin. Na doch da. Das müssen jetzt auch was von dem Turm. Eine Kiste. Meine Kiste. Ganz sicher. Käse. Auch, auch eine Kiste. Karten. Warum ist er denn hier? Wir fangen hier. Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Molukken. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Sehr human. Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro. Sagt so was. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Ja, dann zeig mir die doch mal. Zeig mir die Sachen. Klingfests. Was? 1,1. Kling. Versteckt. Die haben wir schon bessere Tage gesehen. Eine bunte Hose. Ein altes Kopftuch. Wovor Geld hab ich denn? Ja, ich hätte gern das Lederhemd. Versteht der Hemd? Scheiß drauf. Wir kaufen sie aus. Das Kopftuch. Und die Hose. Ende. Vielen Dank. Kopf. Ein Kopftuch. Körper. Ein Lederhemd. Und beinahe. Immerhin eine Hose. Damit hab ich jetzt. Charakter. Talente. Fähigkeiten. Crew. Sammlung. Auch noch geheim. Okay. Achso. Ich dachte ich hätte jetzt auch irgendwo so ein Stat-Bericht. Na gut. Okay. Erstmal haben wir aber eine komplette Ausrüstung. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Oh ja, der schießt an. Das ist mein Hemd, das du da anhast. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schief gelaufen. Die kann mich mal. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sag ich immer. Und was machst du jetzt? Ich geh erstmal zu den Piraten. Ich geh zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Klingt seriös. Abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm, was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Okay. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Wie komm ich an die Perlen? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Ja. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Okay. Wie komm ich an das Kopftuch? Kata hat es dem Aufseher Riley verkauft. Er rennt jetzt damit hoch. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um da ranzukommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Hm. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Wer hätte das gedacht? Ach, nur tausend. Dann brauchen wir mal, wenn mein Schlüssel knackt. Das macht er besser. So gut bin ich auch nicht. Ein paar Tipps für Anfänger. 500 Gold. Ich will ein besserer Dieb werden. Gerissen gehalten. Und dann noch Meisterdieb. Okay, der scheint richtig zu sein. Später. Ich muss los. Warte. Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen. Verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Rock dabei? Er ist sicher hier. Hier. Hast du was? Hehehehe. Sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. Ha ha ha. Okay. Gucken wir mal kurz die Fähigkeiten an. Charakter? Talente? Ne. Fähigkeiten. Ne. Auch nicht. Doch. Da Gerissenheit. Schleichen. Du kannst dich lautlos bewegen. Okay. Was bringen wir denn? Gebiskunst 1. Aha. Das Lügen. Schmutzige Tricks. Alter Trickser. Okay. Heute ist der Papageientrainer. Du kannst das jetzt verwalten, um deine Gegner abzulegen. Kranker Scheiße. Schlösser knappen. Schlösser knappen. Was kostet mich denn so ein bisschen? Wie viel Geld hab ich? Momentan. 60. 60 hab ich. Mach mich zu einem. Es ist alt. Ich will in gute Taschen lieb werden. Erstmal hier. Achso. Trotzdem. Alter Vater. Später. Später. Dann haben wir Riley halt auf die Glocke. Hab ich gehört. Scheiße. Oh, da ist noch ein Haus. Da gehen wir mal zuerst rein. Pulvermode. Mode ist was für Moffin? Fien. Eine Blutfuss. Alles mitnehmen. Meer. Bett. Klar, Waffe. Eine Kiste. Wahrscheinlich nichts tun, ne? Immerhin dreckiges Geld. Er ist nicht so. Ich kann hier kalt bis nachts pennen. Ich kann hier auch kurz bis nachts pennen. Bis Mittam hat den Schlaf. Den nimmt natürlich nicht mit. Du wartest hier. Du wartest hier. Du wartest hier. Jetzt ziehen wir erstmal die Leute ab, so wie ich das gehört habe. Oh, alle Schädelöte. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ganz scheiße, die Kiste ist verschlossen. Aber immerhin habe ich Schuhe. Schuhe habe ich Schuhe. Sehr gut. Na komm. Bist du Riley gewesen? Rockfall. Schuhe anziehen. All geil. Bist du Riley? Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit die Fuego sprechen. Okay. Cool. Was, wenn ich hier reingehe, kann ich noch auf die Fresse? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Okay. Ganz chillax, Jungs. Alles gut. Wo ist Riley denn? Äh, erstmal wieder Tag werden. Obwohl, ich kann doch wahrscheinlich nachts zum Defoyego gehen, oder? Küchen für Kleidung eines Piraten. Ich habe die Stiefel. Auf der Zuckerhock-Lontage, okay. Tapschen, Diebschen. Klar, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Dann reinen wir uns ab nach oben. Ich sehe bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. Na sicher. In Leutnant Rockforts Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Rockfort. Und nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Na, was ist ein Bastard? Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Pauviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Das ist wie ein Scheißtag. Wohin fährst du jetzt? Wobald wir unsere Vorräte an Bord haben, fahren wir zurück zur Schwertküste. Alle paar Monate fahren wir Caldera und Takariua an, um neue Männer mitzunehmen und Sklaven abzuliefern. Ich hoffe, unser Stützpunkt steht noch. Bestimmt. Ihr bereitet die Evakuierung Calderas vor, richtig? Nicht nur das. Die alte Welt wurde durch den Krieg der Titanen-Lords fast völlig zerstört. Wir haben die Magie der alten Tempel benutzt, um ihre Titanen zu beschweren. In der neuen Welt gibt es auch solche Tempeln. Einer davon steht an der Schwertküste. Wir sind da, um den Tempel zu beobachten und zu verhindern, dass jemand seine magische Macht entfesselt. Sonst sieht es in Arborea auch bald so aus wie auf dem nördlichen Kontinent. Okay. Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Bisher sind nur wenige Männer und Frauen dort. Wir haben ein kleines Gebiet an der Ostküste gesichert und konnten es bis jetzt erfolgreich gegen die Wilden verteidigen. Der ganze Dschungel ist voll von denen. Wenn wir welche fangen, bringen wir sie als Sklaven hierher. Unsere Waffen sind ihren überlegen. Aber sie benutzen schwarze Magie. Da muss man mit allem rechnen. Klingt wirklich gut. Okay, Div-Jäger. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ähm, ich brauche erstmal die Karte. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Was ein Wichser, Gouverneur. Gib mir die Karte. Ich habe nicht genug Gold. Habe ich nicht. Ich komme darauf zurück. Ich komme darauf zurück. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön. Er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Okay. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte das meiste davon, dass du dir nicht leisten können. Sposti. Zeig mir dein Angebot. Oh ja. Kann ich nicht. Hürde. Aber ich kann was verkaufen. Das dreckige Hemd. Das ist noch Blutwurst. Die Karaffe. Die Plunder. Eine Leuchtkugel. Ich weiß halt nicht, wofür man die Sachen braucht. Egal. Ähm. Zeig mir dein Angebot. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Gib sie mir. Gib mir die Karte. Wo hab ich sie denn? Ah, hier. Ich hoffe, sie wird dir gute Dienste leisten. Und die Sklaven. Die Sklaven sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven. Klingt so unzivilisiert. Auch. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit. Ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es im Dschungel zu Hause wie die Tiere. Schlimmer noch. Sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Klingt nach Abelohnung. Ähm. Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind drei von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Okay, ist ein Angebot. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Rockford mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Hm, das sieht aus. Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Ähm, ja, das sieht aus. Für 200 Goldstücke pro Kopf. Sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Ja. Ich bring die Wilden zur Strecke. Excellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle drei Köpfe bringst. Okay. Klingt nach einem guten Angebot. Darum werden wir uns doch jetzt mal kümmern.